so final fantasy 7 da sind wir wieder geht weiter hier mit klode ach ja genau wir wollten ja zu den bergen oben glaube ich ja wir wollten irgendwie hoch und den doktor folgen dr johu ja irgendwie so irgendwie sowas wird man machen ich kann mich noch dran erinnern halbwegs was zum teufel ist das denn riesige haseln muss das von berg wird wohl reichen oder na gut dann eben nicht okay doch aber hier geht es nicht weiter oder ach nochmal war ja wieder klar noch eine haselnuss alter was ist denn da passiert da einfach noch eine raus das gibt es ja gar nicht wir haben mal truschka haselnuss ja jetzt geht es aber jetzt sind wir mal gut hier bis zur hölle na komm schokobo wir müssen das jetzt regeln ja wie oft sind die denn dran boing saigonara Alle Level ab. Was macht das? Nichts. Das ist einfach nur Level 2 jetzt. Keine Ahnung. Moment, geht es weiter. Ein Stiegerweg hier durch den Berg. Nicht schlecht. Ja, das gefällt mir. Kritische Treffer sind immer gut. Oh. Oh, Höhleneingang. Ah, hier ist auch einer. Ah, da komme ich wieder nicht rüber, ne? Ne. Na gut, dann gehen wir hier rein. Hallo, wer bist du denn? Puh. Oh, ihr redet ja sogar mit mir. Wie meinen Sie das? Vorhin ist nur jemand mit einem schwarzen Mantel hier vorbeigekommen. Ich wollte ihn darauf aufmerksam machen, dass der Weg ab hier gefährlich wird. Aber er hat mich überhaupt nicht beachtet. Sehr big rough. Wir sollten uns beeilen. Hm. Alles klar. Passt euch auf, aber hier wird der Weg etwas unsicher. Und wenn ihr auf eure Reise fremden Menschen begegnet, grüßt sie immer freundlich. Ach, das ist doch der wahre Reiz des Reisens. Okay. Okay, alter Mann. Weise Worte vom alten Mann. Ach so. Tiefer Limit. Oh yeah, hier haben wir. Doppel yeah. Wow. Nicht schlecht. Donnerhorn habe ich bekommen. Schön hier. Schön, schön. Na, geht's hin? Geht's hier nicht weiter? Ja. Wir haben ja echt alles. Den hauen aber auch rein, die Viecher. Und alle auf Barret drauf. Schweine die. Mach sie weg, Tiefer. Ja. Das war nix. Okay. 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 Wir müssen jetzt mal eine Heilung gönnen. Ah, sind sie weg. Weggehauen haben wir sie. Level. So. Warte, da geht's weiter. Es geht doch weiter. Was ist denn hier? Ist das auch wieder so ein Reaktor? Warte. 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 Was ist denn hier? Warte. bi υ... ... ... ... ... ... Oh mein, welch? Ja, geht doch. Wir müssen noch mal heilen kurz. So, so ist schon viel besser. Jetzt haben wir hier. Nichts. Ach, was denn für Viecher, ey? Ich glaube, Cloud hat Eiszauber. Ah, ich glaube, Cloud hat Eiszauber. Boah! Ich glaube, Cloud hat Eiszauber. 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 gainedrächtiges Urlaubgräuse. Und integratednik um Doriscode ver Avoida. Dieleb过 well. Und um Tadagar mit den Umsobepauch. Die finden, die Safari sind im Verein304. Da... Kann ich hier rein? Also rein kann ich schon mal nicht. Ich kann hier runter. Und dann da hoch. Dann machen wir das erst, ne? Aber nicht ohne Zufallskampf. Oh, Bomber. Jetzt. Ja, die auch mit Eis. Oh, der explodiert gleich. Omega Heap. Was ist der kaputt, Cloud? Ach, ein Scheiß. Wie viel halten die denn aus, ey? Die haben auf der Tiefer getötet. Die Schweine. Das war doch ein Schaden, ey. Naja, zumindest eingetötet. Es gibt aber nicht viele Erfahrungspunkte. Dafür, dass die uns hier fast auseinandernehmen hier. Ach, war ich denn? Ne? Ist hier überhaupt nichts? Oh, Scheiß. Ja, jetzt mal die Kleinen hier, ne? Weghauen. Würde ich sagen. Einfach ganz normale Attacken. Ja, auf damit. Das ist so gut. So. So. Der große Vogel sieht weniger aus als die kleinen Drecksviecher hier. So, das hätten wir auch. Was haben wir hier? Nichts. Es sind lauter Sackgassen. Was soll denn das? Ich glaube, wir hätten auch Ifrit gefunden und Chiba, oder? Die könnten wir auch mal ausrüsten. Ja, geht doch. Moment mal. Na, gucken wir mal eben nach. Wir hätten, glaube ich, ja, der Force-Eater. Hebt Hitzelementare auf. Ähm, keine Ahnung. Gibt mir hier eigentlich noch was drauf machen, ne? Hier, das im Wiederbeleben. Und Ja, für so ein hitziges Gemüt gibt es ja noch mal Ifrit. Und tiefer. Dann lassen wir es mal so. Motordrive. Ja, na, sieht doch schon mal besser aus, auf jeden Fall. Jetzt brauchen wir ein bisschen mehr Power hier reinbringen. In die Kämpfe. Ja. So, kann ich denn hier hin? Nein, hör auf damit. So. Hm. Erstmal nochmal ein Kampf, ist natürlich klar. Mal schauen, was der so drauf hat. Mal schauen, was der so drauf hat. Nicht schlecht, muss ich sagen. Der hat Power.